Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Guten Morgen an alle, die Bock haben, sich wieder eine Review zu einer Dokumentation anzuhören. Mein Name ist Maximilian Peter Rauscher. Der Mensch an meiner Seite hat nur einen drei-buchstabigen Kosenamen. Stu, hallo. Hallo. Ich habe auch einen einbuchstabigen Kosenamen. Der lautet? S. S. Hallo S. Wir sprechen heute über einen Dokumentarfilm, der jetzt am 1. Oktober in die Kinos kommt und von Deutschlands beliebtesten Polizeiruf, Ex-Kommissar Charlie Hübner, verfilmt wurde oder inszeniert wurde. Und zwar geht es um die Band Element of Crime mit dem schönen Titel Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin. Ich glaube, so heißt auch ein Song von denen oder ein Album. Ich weiß es nicht. Weißt du da mehr? Bist du ein Element of Crime Fan? Nein, nicht wirklich. Ich habe mal vor langer Zeit von meiner Mutter, ne gar nicht, ich war von dem Ehemann meiner Mutter, zu Weihnachten eine CD von denen bekommen, wo Smashes drauf waren wie Delmenhorst oder Finger weg von meiner Paranoia. Das hat mir so ein bisschen Element of Crime näher gebracht. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, ich bin Fan. Ich mag die ganz gerne, ich höre die ganz gerne. Aber ich kann dir jetzt wirklich nicht sagen, wie ihre Alben heißen, wie viele es gibt. Das kann ich jetzt nicht. Aber zumindest glaube ich, wie ganz viele andere weiß ich, dass Element of Crime vor allem durch eine Person dargestellt wird, nämlich durch den Musiker und Autoren Sven Regener, der ja so Sachen geschrieben hat wie Neufahr Süd oder Herr Lehmann. Ja, also ich bin ja fast überzeugt davon, dass ich den mehr als Autor kenne als jetzt als Element of Crime Frontmann. Weil so nett diese Band auch ist. Mein WG-Mitbewohner von damals, der hat die immer gehört. Der war, ja ich würde schon sagen, war ein Fan und da bin ich dann ein bisschen auch auf von dir genannte Delmenhorst gestoßen, was mir auch sehr gut gefiel, diese Saison. Ja, die, also so richtig mega, mega bekannt jetzt, glaube ich, in unserer Generation vielleicht noch, aber ich glaube, die Jüngeren werden die kaum noch kennen, denke ich. Ja, wobei ich sagen muss, die Musik von denen hat schon so ein bisschen was, was Altersloses. Vielleicht auch, weil sie einfach so selbst, also sie selbst sind. Es ist, glaube ich, ja nie eine Band gewesen, die durch irgendwelche Besonderheiten, also das klingt jetzt so böse, aber ohne welche Besonderheiten, die waren halt nie richtige Stars. Die haben halt einfach ihre Mucke gemacht, die waren halt so in ihrer Szene zu Hause und haben schon, wenn man bedenkt, dass sie so in den Nachwehen der NDW geboren sind, merkte man schon, dass sie halt auch mit diesem, wie so Aufmerksamkeitspop ja nichts zu tun haben wollten. Also es hat schon was, auch wenn Sven Regener das jetzt vielleicht irgendwie bestreiten würde, aber es hat schon was von der Ausstrahlung her, wie so Bob Dylan. Ja, du, ich finde, ich weiß gar nicht, ob der Sven Regener was dagegen hätte. Der ist vielleicht ein bisschen zu, wie sagt man, zu, na, wie bescheiden, um das zuzugeben, aber so an sich. Jetzt ist die Frage natürlich, diese Band wird, glaube ich, eine Woche lang auf der Tournee durch Berlin. Ich glaube, die ist wahrscheinlich eher so eine kleine Club- und Kneipentour gewesen. Begleitet von Charlie Hübner und was macht diesen Dokumentarfilm aus? Ich wusste tatsächlich jetzt gar nicht, was mich jetzt so richtig erwartet. Ich wusste, worum es geht, aber nicht, was der Plan die Tätion war. Und es ist letztlich, würde ich sagen, schon eine Kreuzung aus Dokumentar- und Konzertfilm. Es werden sehr viele Songs ausgespielt aus diesen Konzerten. Es waren, glaube ich, insgesamt fünf Konzerte, alle in Berlin, alle in verschiedenen Locations. Und es war halt so aufgemacht, die fangen beim kleinsten Club an und gehen dann in den Bänden halt immer größer. Ich meine, Elimit of Crime sollte klar sein, die werden jetzt niemals das Münchner Olympiastadion voll machen. Dafür sind die zu unbekannt, aber die sind in der Bubble des Independent Musik, der Independent Musik, nicht des, natürlich schon eine Größe in Deutschland. Das heißt, die können schon von ein paar größeren Mengen eigentlich auftreten. Und man sieht halt immer jedes Mal so einen Song. Davor wird so ein bisschen auch mit Gästen über die Band geredet, über die Historie. Über die Band, über die Absichten der Band oder über den Stand der Band. Und dann kommt eben Musik. Und ich will ehrlich sagen, wenn man jetzt die Musik abziehen würde, die oft auch unterlegt wird von Archivmaterial, hätte man, glaube ich, so ein rudimentäres Bild der Band erlebt. Gemeinsam mit der Musik ist es dann noch ein bisschen was für die Fans. Aber ich muss auch jetzt hier ganz ehrlich sagen, ich fand das alles ganz nett. Und auch so im Kontext dazu, wie ich zu dieser Band stehe. Aber letztlich war das jetzt kein Film, kein Dokumentarfilm, kein Konzertfilm, der in irgendeiner Hinsicht was mit mir gemacht hat. Es war so, ja, ich habe das mal gesehen. Aber Elemental of Crime ist mir immer noch genauso fern, noch genauso nah wie da. Also ich kann mir ja echt gut vorstellen, so Charlie Hübner, das, also der passt für mich so richtig da irgendwie mit rein. Also es wäre fast schon, keine Ahnung, sechstes Bandmitglied oder so. Er ist auch tatsächlich sehr häufig im Dokumentarfilm zu sehen. Also baut das auch so ein bisschen auf. Also wir erfahren auch zu Beginn, wie er die Band kennengelernt hat, so als Teenager. Und natürlich dann, wenn Elemental of Crime auf Deutsch gesungen hat, er die Texte verstanden hat. Und er auch meinte, dass Elemental of Crime ist halt vor allem bekannt durch ihre Texte. Also wer sowas textet wie, es ist zu dunkel draußen, es ist so dunkel irgendwie, dass man nicht alleine rausgehen sollte. Das ist natürlich jetzt scheiße paraphrasiert von mir. Aber wir wissen, was die Aussage zählt. Ja, genau. Oder hier, Finger weg von meiner Paranoia. Sie waren immer lieb und treuer, nie ließe mich so fies im Stich wie du. Das sind halt schon schöne Texte. Ich meine, der Kerl ist ja bewandt. Also der Herr Regener, der kann ja schreiben. Der hat sogar einen Film gedreht, fällt mir gerade auf. Der hat doch diesen High Alarm auf dem Müggelsee gedreht. Ist das von ihm? Ich meine, das ist seine Regiearbeit, seine erste und einzige bislang. Okay, ja, dann würde ich es halt dabei belassen, weil... Was soll da noch kommen danach? Ja, wirklich, das ist die... Da haufst du einmal in 2001 raus, durch das erste Film. Du mir selbst einen Gefallen, geh sterben. Das ist ja ganz nicht wert, finde ich. Nee, aber was ich eigentlich hinaus wollte, das ist so, dass Charlie Hübner für mich persönlich ganz gut passt. Ist es denn auch jetzt irgendwie so eine persönliche Reise von ihm? Oder ist es tatsächlich, ja, dann doch eher so ein 0815-Fan-Mit-Dabeisein-Film? Ist er mehr Regisseur oder ist er mehr Fan? Oh, also... Siehst du, die guten Fragen, die habe ich mir jetzt aufgehoben. Ja, ja, das ist... Jetzt hast du mich erwischt. Also man merkt wirklich sehr deutlich, dass der Fan ist. Wirklich sehr deutlich. Weil es in dem ganzen Film auch keine wirklich sehr kritische Frage gibt. Wobei die Band rund um Sven Regener schon selbst ihre kritischsten Kritiker sind. Das sind jetzt auch falsch, die kritischsten Kritiker. Egal. Also das ist jetzt, wie gesagt, es ist kein Film, wo du jetzt irgendwie was, in Anführungszeichen, was Neues erfahren wolltest, wenn du Fan bist. Auf der anderen Seite, Element of Crime ist auch keine Band, die jetzt irgendwie täglich im Rolling Stone steht mit Interviews. Das muss man auch mal sagen. Aber du... Es ist alles sehr bodenständig gemacht. Diese... Gerade die Archivaufnahmen werden doch ganz, ganz gekonnt, auch in die Songs geschnitten. Es ist fast schon... Manchmal war es so ein Video, ein Musikvideo hat, wobei ich glaube, dass Element of Crime nie Musikvideos gemacht haben. Die haben ja auch nie Singles rausgebracht. Das war ja so ein typisches... Hier habt ihr euer Album. Ja. Und jetzt seid ihr ruhig, bang. Was ich übrigens sehr, sehr sympathisch finde. Ja, doch. Die sind auch wirklich sympathisch. Und ich fand es halt vor allem dann interessant, als sie halt erzählt haben, wie es halt damals war, so kurz vor und kurz nach der Wende in Berlin-Kreuzberg, wo sie halt eben quasi ihre... Das ist so die Ursuppe, aus der sie kommen. Und das ist schon ganz spannend, weil gerade auch die Bücher von Regener, also gerade hier Herr Lehmann, die sich auch um diese Zeit drehen, das hat schon was. Und hat auch, bringt dieses Lokalkolorit wieder. Und es ist auch wirklich ganz... Ich weiß nicht warum, ich mag das, wenn Leute irgendwo an gegenwärtigen Straßenecken stehen und dann sagen, übrigens die Apotheke da drüben, das war früher mal der geilste Schuppen im ganzen Laden. Da haben wir nächtelang durchgespielt. Ja, das ist so dieser, kann ja auch noch das Goldene-Handschuh-Syndrom oder sowas, wie man das nennen mag. Ich glaube, der gesuchte Begriff lautet Gentrifizierung. Ja, oh. Vielen Dank, Professor S. So bin ich. Kann ich rumnehmen, M. Also, der Film ist inszenatorisch, ist der solide, da ist halt nichts dran, was ich noch nie gesehen habe. Ich für meinen Geschmack hätte die Songs nicht ausgespielt, weil das nimmt halt immer so ein bisschen den Drive mit, weil so eine Dokumentation ja auch immer ein bisschen was erzählt. Und wenn du halt immer nach fünf Minuten Erzählung fünf Minuten warten musst, bis es dann weitergeht, es ist einfach nicht so meins. Das muss ich halt sagen. Das liegt nicht daran, dass ich die Musik nicht mag und bewahre, aber irgendwie hätte es mir, glaube ich, besser gefallen, wenn sie es vielleicht einfach gesagt hätte, okay, wisst ihr was, wir verzichten auf drei, vier nochmal Lieder. Aber das hätte dann nicht zu der Natur dieses Films gepackt, von daher ist es schon okay. Aber ich kann dich da verstehen, weil tatsächlich, wenn ich jetzt irgendwie den Film mir angucken würde, ich kaufe mir Chips, ich kaufe mir Cola, ich setze mich daheim hin oder ich gehe ins Kino oder ich gehe ins Kino und dann, weiß nicht, also meine Hoffnung wäre dann wahrscheinlich sogar, es gibt ja Sven Regner auf der einen Seite, aber wie viel erfährt man eigentlich von den anderen? Die sind ja zu fünft, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig nachgezählt habe. Sind die da auch präsent oder ist es eigentlich eine Sven Regner Show? Nee, also sie geben sich schon wirklich Mühe, die ganze Band vorzustellen. Es ist ja auch so, dass vor zwei Jahren, glaube ich, einer der Begründungsmitglieder gestorben ist, weil die ganze Band ja auch durchgängig schon sehr alt ist, das darf man ja auch nicht vergessen. Und ja, also natürlich, Sven Regner ist schon so ein bisschen der Puls des Films, das lässt sich nicht verschweigen, aber es ist jetzt nicht so, dass die anderen daneben stehen und eine Vringo-Star machen. Die bekommen schon ihre Phase in dem Film und können auch ihre Geschichten erzählen und was ich auch sehr sympathisch fände, ist, dass die Dokumentation sich sogar Zeit nimmt, um andere jüngere Bands halt noch ein bisschen vorzustellen, die halt eben Albin of Crime während dieser Klubtour nächstes Mal begleite. Also haben wir sowas wie Isolation Berlin und eine Band von, also ich bin ja total uncool, ich kenne mich ja mit cooler Musik gar nicht aus, aber die Band von Wegen Lisbeth habe ich dank des Films kennengelernt und habe danach tatsächlich ein bisschen was von den Dingen gehört und das gefiel mir eigentlich ganz gut. Ja, dann hat ja der Film schon was erreicht. Also ich meine, ja komm bitte, weil manche Filme erreichen gar nichts und der Film, der bringt dich jetzt zu neuer Musik. Ist ja auch gut für eine Musikdoku. Yo, ich glaube, ich muss vielleicht auch sagen, ich muss gleich auch sagen, es war auch ein bisschen unfair, weil ich bin kein Fan von Konzertfilmen, immer gewesen und dann habe ich ja dieses Jahr zum ersten Mal im Kino Stop Making Sense gesehen. Wollte ich fast noch drauf hinaus, ja. Und das ist halt unfair, also mit dieser Größe kann und will sich, wenn es dunkel und kalt wird, über den gar nicht messen lassen. Aber wir hatten ja jetzt in letzter Zeit eh, also ich meine, ich kann mich noch an den David Bowie, den Moon Ride. Moon Age Daydream. Genau, erinnern, das war ja auch, also ich meine, so sehr, sehr musiklastig ist das wahrscheinlich jetzt so ein bisschen der Trend, der da irgendwie hingeht. Weil ich kann mich auch noch an Dokumentarfilme erinnern, da haben sie zwei Lieder gespielt und dann hast du die Band hinten im Backstage beim Saufen gesehen und das war's dann. Ja, wobei Moon Age Daydream, finde ich, passt nicht ganz, weil Moon Age Daydream ist, ich meine, ich fand den ja wirklich ganz fantastisch, also wirklich, also weck mich nachts um vier und sag, ich könnte jetzt Moon Age Daydream im Kino gucken, ich würde sofort kommen. Aber der war halt mehr eine Odyssee, der war ja gar nicht so sehr darauf bedacht, dir irgendwas zu erzählen über David Bowie, der hat sich ja einfach nur mit so Bildern zugebombt und Impressionen, das war ja wirklich ganz, jetzt habe ich Bock nochmal Moon Age Daydream. Ja, aber gerade dadurch, gerade dadurch hat er ja viel über David Bowie erzählt eigentlich, weißt du? Das ist ja eben diese, du musst ja den Künstler da packen, wo er am stärksten ist, an der Wurzel und das ist halt beim Bowie, der Bowie, der ist halt ein, naja, wie sagt man, ein Gesamtkunstwerk, das nicht nur durch seine Musik, sondern halt durch sehr viel Visuelles auch erzählt und auch durch die Veränderungen. Und ich bin mir jetzt relativ sicher, dass Element of Crime, äh, wenig, wenig Glamrock. Element of Crime, ja, das stimmt schon, die stehen auf der Bühne, machen ihre Ansage, spielen ihr Song, spielen kurz Tropete, machen vielleicht noch einen Scherz, dann kommt der nächste Song. Also Moon Age Daydream und David Bowie sind halt wirklich viel expressionistischer, also wirklich, ich würde das Wort expressionistisch gar nicht in Verbindung setzen mit Element of Crime. Ja, aber nee, das sind schon wirklich zwei unterschiedliche Arten von Filmen, aber ich glaube, sowas halt wie Stop Making Sense oder Moon Age Daydream, die haben, danach war ich halt wirklich, also danach war ich, nach Moon Age Daydream war ich gefühlt sechs Monate im David Bowie-Fieber und hab wirklich alles gefressen, was David Bowie drauf hatte. Und nach Stop Making Sense hab ich wirklich drei Wochen lang nur, äh, Talking Heads gehört. Und nach Element of Crime, wenn es dunkel und nach Kalt wird in Berlin ist es halt so, ja, Element of Crime, wie gesagt. Da hörst du jetzt von wegen Lisbeth. Genau. Aber, das hat auch gesagt, ich bin eh kein so musikalischer Typ hier, also ganz ehrlich, seit vier Jahren bekomme ich Ende des Jahres immer meine Spotify-Jahresliste angezeigt und da steht immer eins drauf, sie haben zu wenig Musik gehört. Ja, bei mir sind es immer Sherlock Holmes-Hörspielbücher oder sowas, also von dem her, weil ich es immer zum Einschlafen höre oder irgendwie so Meditationsklänge von tibetanischen Mönchen. Aber ich muss ja dann auch dazu sagen, und vielleicht ist das jetzt so diese Kurve, die ich zur Abmoderation kriegen will. Ich meine, ich bin ja auch eher so ein Kind und ich glaube, das bist du auch. Wir haben in den 90ern irgendwo unsere musikalische, ja, Basis bekommen und gefunden und ich komme da auch nicht mehr so wirklich davon weg, weil ich bleibe da auch dabei. Angst, ja, weil meine Lieblingsband, Oasis, geht nächstes Jahr in UK wieder auf Tour, was mich ja irgendwie freut, aber auf der anderen Seite müssen wir uns nichts vormachen, das machen die aus Geld und vor allem, welche Band war nach der Reunion genauso gut wie vor der Reunion, keine, von daher war es okay. Aber stimmt, also ich bin auch so in den 90er Jahren, das ist so meine Zeit und ich merke halt auch, dass ich mich sehr langsam der Gegenwart annähere, also wirklich, wenn ich in dem Tempo weitermache, dann werde ich vermutlich in 80 Jahren anfangen, Taylor Swift zu hören. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, aber bis dahin ist sie wahrscheinlich dann schon Präsidentin oder so, also von dem her. Wir wissen ja nicht, wo die ganzen Karrieren hinführen, wenn es so kommt. Ach, aber Max, komm, wir sind doch alt, wir haben noch so, dass die Taylor Swift haben da schon so oft mitgekommen. Weißt du was, ich wollte gerade sagen, einigen wir uns drauf in 20 Jahren, da treffen wir uns nochmal, sprechen über, keine Ahnung, über irgendeinen Dokumentarfilm, der dann kommt. Wenn es tot wird in Berlin. Wenn es tot wird in Berlin. Und dann ist Sven Regner Bundespräsident und Taylor Swift ist Präsidentin in den USA. Und dann ist eigentlich im Prinzip alles gut. Vielleicht auch nicht, wir wissen es nicht. Ich habe keine Fragen mehr, vor allem habe ich keine Fragen mehr an dich, was… Ich habe aber noch eine Antwort. Ja, bitteschön, gib sie. 42 Grad. Danke. 42 Grad, das wird mich jetzt wahrscheinlich, eine schlaflose Nacht wird mir das bringen, weil ich nicht weiß, auf was du hinaus willst. Und wieder habe ich meinen diabolischen Plan umsetzen. Har, 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 kleiner Finger in Mundwinkel, kleiner Finger in Mundwinkel, ihr dürft den kleinen Finger auf eure Maustaste bewegen. Deswegen, wenn ihr unseren Content gut findet, dann dürft ihr nämlich mit der Maus dann den Zeiger auf diese guten Daumen hoch und plus eins Buttons bewegen und uns gut bewerten. Egal, wo ihr uns hört, irgendwo ist ein kleines Lob für uns klickbar versteckt. Ansonsten gibt es uns überall, wo es Likes gibt und es gibt uns auch, ja, es gibt keine T-Shirts von uns oder so. Wenn ihr welche wollt, schreibt jemand anderem, nicht mir und auch nicht du. Von Stu verabschiede ich mich, sage vielen Dank für deine Info. Ob ich diesen Film im Kino gucken soll, du wirst wahrscheinlich nicht nochmal im Kino gucken, aber es ist… Ich glaube, der läuft mir auch gar nicht hier im Kino, wenn ich ehrlich bin. Na gut. Der ist zu Berlin, weiß dafür Köln. Ja, das geht dann an die Großstädte hier. Geht ins Kino und wer nicht ins Kino geht und sich den Film unerlaubt zieht, der kriegt was hinter die Löffel. So, das war jetzt viel Abmoderation für nichts. Deswegen… Ich mache es kürzer, tschüss. Macht es gut, bye bye. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.